Hallo und grüß euch, liebe Wanderer. Hallo. Aus Timau. Hinter uns, da seht ihr den Berg Piz Timau. Tischlbong. Wir sind jetzt in der Ortschaft Tischlbong in Italien. Wir sind da nach Dolmezzo runtergefahren, nach Baluzza und dann weiter am Fuße vom Blöckenpass haben wir dann recht spektakuläre Schotterstraßen, Forststraßen sieben Kilometer lang auf den Berg gemacht und sind dann bei der Promoser Alm angekommen. Von dort weg haben wir uns eine Wanderung gestartet und das wollen wir euch jetzt einmal zeigen und wünschen euch viel Spaß dabei. Der Weg zum Schluss buttonern wir uns an den Bergkreuz. Und dann können wir die uns in der Um grenades Richtung können. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. . Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020